ich höre nichts jetzt mein gott ja das ist mal die mutter ich würde es so machen sie ist jetzt ich würde jetzt einfach sagen dass ich was am computer habe und sie kommt jetzt dazu dann sieht sie das ja okay perfekt dann bin ich mit dem handy jetzt gleich film okay okay ich bin toni aus dem mädchen bg im schloss am see ich weiß nicht vielleicht kennst du mich ja gehört dass du dich bei der mädchen bg beworben hast ja wie waren das casting so für dich wie war es aufregend also ich habe eigentlich so ein gutes gefühl gehabt hat spaß gemacht auf jeden fall die leute waren supernett alle ja ja ich darf dir auch was sagen und zwar bist du dabei richtig richtig nah ich freue mich sehr für dich das wird so eine geile zeit glaub mir ist wird der hammer genießt das komplett ja was machst du jetzt was machst du jetzt wenn rufst du an was ist der plan heute noch mein gott ich glaube ich habe alle meine freunde an und oh mein gott aufgeregt gerade oh mein gott keine ahnung ich werde erst mal feiern dass ich drin bin oh mein gott das freut mich sehr dass du dich gefreut hast also ist die überraschung gelungen mega wirklich es wird so eine hammer geile zeit glaub mir du wirst so viel spaß und du wirst tolle menschen kennen das wird dann das wird so cool ich bin fast neidisch ich möchte auch nicht okay wünsche ich dir noch einen wunderschönen tag feier schön genieße es und viel spaß und ich freue mich dann sehr eure folgen anschauen zu dürfen dankeschön oh mein gott wir sehen 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 wir